Die mobile Werkstatthandlampe kommt mit vielen Details und die schauen wir uns jetzt an. Die mobile Werkstatthandlampe kann sowohl in der mitgelieferten Ladestation als auch direkt über USB bzw. USB-C geladen werden. Auch der Ladestand des Akkus wird mir angezeigt in Form von kleinen LEDs. Das Gehäuse ist aus schlagfestem Kunststoff, sodass die Lampe auch mal runterfallen darf. Die Lampe ist mit zwei Magneten ausgestattet, einer unten im Fuß und einer am Gürtelclip auf der Rückseite. Der Gürtelclip hat einen integrierten Haken, der 360 Grad drehbar ist, somit kann ich die Lampe auch aufhängen. Der Magnetfuß beinhaltet auch ein 360 Grad Drehgelenk, sodass die Lampe in jede beliebige Position gebracht werden kann. Die Lampe ist mit drei Leuchtmethoden ausgestattet. Die erste ist die Spot-LED oben am Kopf, dann die Streifen-LED für flächiges Licht und hier in der Streifen-LED ist dann zusätzlich noch die Warnlampenfunktion integriert. Die Lampenfunktionen lassen sich dimmen, sodass ich immer mit der richtigen Lichtintensität arbeiten kann. Die Lampe ist auch als Powerbank nutzbar. Einfach das zu ladende Gerät über USB bzw. USB-C anschließen.